So, wieder mal ein bisschen was aus unserer IT-Grundkurs-Ecke. Wir kommen Richtung Ende, aber ein wichtiges Teil fehlt uns noch, nämlich Speicher. Wenn wir von Speicher reden, dann werden die meisten von euch wahrscheinlich hier an Festplatten oder SSDs oder ähnliches denken. Nein, darum soll es nicht gehen. Das ist noch zu weit oben und das werden wir uns auch in der Serie uns hier nicht anschauen. Mir geht es eher um sowas hier. Na gut, heutzutage eher was kleiner, aber das hier ist Arbeitsspeicher oder RAM. Ja, das ist ein Speicher, worin wir uns etwas merken können. Denn wenn wir uns die Sachen angucken, die wir bisher gebaut haben, ja, wir können zwar schön hier Aktionen machen, aber sobald wir die Finger wegholen, ist das Ding immer wieder im Ausgangszustand. Und das ist eventuell schlecht, wenn wir uns was merken wollen, wie zum Beispiel das Ergebnis von irgendeiner Rechnung. Also brauchen wir irgendetwas, wo wir speichern können. Ja, was brauchen wir denn, um so einen Speicher zu machen? Nun, wir brauchen im Prinzip zwei Sachen. Wir brauchen einmal den eigentlichen Eingang. Dann brauchen wir ein Signal, das sagt, okay, jetzt bitte setzen. Und am Ende brauchen wir einen Ausgang, wo wir sehen können, was ist denn da gespeichert. Das wäre zumindest mal für ein Bit. Dieser große Kasten ist für uns noch ein Fragezeichen. Also, das müssen wir hier noch irgendwie machen. Ja, das Bauteil, was wir suchen, das nennt sich dabei Ledge oder genauer gesagt D-Ledge oder D-Flip-Flop und das können wir aus den bereits bekannten Logikgattern wieder aufbauen. So, da mir jetzt das Papier ausgegangen ist und das auch ein bisschen zu komplex wird, würde ich mal sagen, wir machen das Ganze jetzt in Software. Das sollte auch ein bisschen einfacher sein. Das hier ist jetzt der J-Digital-Simulator. Gibt es für Windows, Linux und alles andere, was Java ausführt. Von Christian Kraljic. Ja, er geht einfach auf die Webseite. Schöne Software, um solche Logik-Sachen zu simulieren. Ihr seht, ist auch ein bisschen was komplexeres dabei. Aber wir wollen ja einen Speicher uns bauen und zwar mit den Sachen. Bauen wir uns erstmal zwei Taster oder sagen wir mal Schalter, denn ich kann nicht beides gleichzeitig drücken. 01, 10. Das sind die beiden Leitungen, die wir haben. Einmal die Daten und einmal entsprechend das umzusetzen. Und das Ganze, das müssen wir uns jetzt mal hier zusammenbauen. Das erste, was wir brauchen, das ist ein Not-Gatter. Mal gucken, haben wir das hier? Ja, haben wir natürlich. Also, wir machen erstmal unsere Daten hier auf Not. Von da aus geht es in ein And zusammen mit dem hier. Außerdem brauchen wir noch ein And. Ebenfalls der drin und zusätzlich noch der. Ich habe keine Ahnung, wie ich die hier schön verlegen kann, um es mal so auszudrücken. Von daher kann das jetzt ein bisschen chaotisch aussehen. Oh, den hat er gar nicht genommen. Okay, so jetzt aber. Und dann brauchen wir noch zwei Nor-Gates. Wo ist es? Nennt? X-Nor. Nor. Da. Und die werden gegeneinander verschachtelt. Wie das funktioniert, könnt ihr jetzt sehen. Und zwar kommen die hier jeweils rein. Dann kommt der Ausgang vom einen an den Eingang von dem hier und der Ausgang von dem an den Eingang von dem. So, Chaos perfekt. Aber so ist das halt. So, jetzt gucken wir mal, haben wir noch irgendwo eine LED oder sowas. Hier ist eine Anzeige. Das klingt gut. Denn das hier, das ist unser das hier ist unser Ausgang. Theoretisch zumindest. So, fangen wir mal an, das Ganze zu simulieren. Und wenn das bei euch nicht hier so aussieht, sondern die LED hier hinten oder die Anzeige flackert, nicht wundern. Das ist klar. Ihr habt ja noch nichts gespeichert. So, was machen wir jetzt also? Wir können jetzt mal hier sagen, schreiben. Fertig. Was passiert? Der Ausgang ist 0. Hm. Was können wir jetzt machen? Wir können sagen, Daten sind 1. Und bitte schreiben. Wir sehen, der Ausgang geht hoch. Schreiben abgeschlossen. Der Ausgang bleibt an. Und auch wenn wir die Daten hier vorne haben, können wir tun, was wir wollen. Der Ausgang ist immer an. Es sei denn, wir sagen wieder schreiben. Dann wird nämlich das, was hinten drin ist, überschrieben. Und das hier, das ist im Prinzip eine Speicherzelle. Und die können wir halt nutzen, um uns Daten zu merken. Na ja, Daten ist übertrieben. Das hier ist natürlich nur ein einziges Bit. Das hier müssen wir jetzt achtmal aufbauen, um entsprechend, ja, acht Bit abzudecken. Ich werde das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen abstrahieren. Denn das gibt es natürlich auch wieder als fertigen Block. Genauso wie, wir hatten ja eben zum Beispiel von Addierern gesprochen. Wenn wir hier gucken, dann gibt es hier durchaus Halb-Addierer und Voll-Addierer. Die gibt es als fertige Block. Genauso auch den Speicher. Wir können hier den D-Flip-Top reinziehen. Was der jetzt noch hat, der hat noch einen Nicht-Ausgang. Den hatte ich eben nicht eingezeichnet. Es gibt immer einen, der das, was man gespeichert hat, rausgibt. Und es gibt einen, der das, was man, das Gegenteil von dem, was man gespeichert hat, rausgibt. Und ja, jetzt können wir von dem hier uns im Prinzip ja acht Stück reinziehen und können uns unseren Speicher bauen. Richtig? Oder sagen wir mal 4-Bit. Wir wollen ja nicht übertreiben. Richtig. Aber wie sorgen wir jetzt dafür, dass wir da mehrere Dinge speichern können? Nun ja, das Erste, was wir machen können, wir können natürlich jetzt sagen, okay, wir holen wieder den Taster. Wo war er? Für unsere Daten. Dann holen wir einen Schalter hierfür, holen einen Schalter für den nächsten und führen das fort, bis dass wir acht Schalter haben für die Daten. Machen wir jetzt noch acht Schalter für den Takt? Nein, das brauchen wir natürlich nicht. Wir können für den Takt einfach einen gemeinsamen Schalter holen oder wir können auch einen Taster sagen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Und können sagen, okay, der Takt ist an dem Taster, der Takt ist an dem Taster, der Takt ist an dem Taster und der hier auch. Was heißt das für uns? Nun ja, da haben wir hier überall Anzeigen dran. Wir können jetzt hingehen und können sagen, wir wollen die 1011 speichern, takten einmal und wir sehen, er speichert das Ganze. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal sagen wollen, wir wollen nur noch die 100 takten, das Ganze haben wir es wieder. Das heißt also, wir schreiben mit einem Takt alle Speicherzellen, die wir haben. Jetzt haben wir nur ein Problem. Unser Prozessor und unser PC, der bräuchte extrem viele Kabel, wenn wir irgendwie megabyteweise RAM, also Millionen, Milliarden von diesen Speicherzellen schreiben wollen. Deswegen gibt es dann wieder etwas anderes, nämlich da gibt es die sogenannten Busse. Das heißt also, wir haben nicht hier den Takt, sondern was anderes. Denn was wir haben, sind mehrere Speicherbänke, üblicherweise bestehend aus acht. Wie gesagt, ich mache es jetzt hier mit vier, dass wir mehr sehen können. Und die Datenleitungen, sagen wir zum Beispiel, die sind verbunden. Und dann gibt es noch was Neues. Es gibt nämlich pro Reihe einen Schalter. Dieser Schalter, der ist mit weiteren Dingen verbunden. Zum Beispiel mit dem Endgatter. Das Endgatter holt das Takt-Signal plus den Schalter und setzt das wiederum auf die ganzen, die wir hier oben haben. Diese ganzen Takte. Und das Ganze wiederholt sich natürlich noch für den nächsten. Und was ähnliches, das passiert auch bei den Ausgängen. Und zwar kommt auch da ein Und-Gatter zum Einsatz. So, und ihr seht, es wird schon wieder unübersichtlich. Deswegen werden wir gleich auch ganz schnell wieder abstrahieren. Ja, was wir hier im Prinzip gemacht haben, ist jede Menge Chaos, wie wir sehen. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier sagen wir mal 1010 speichern wollen und wir drücken hier den Taster. Nun, es passiert gar nichts. Es reagiert nichts. Wir müssen erst eine Reihe anschalten, zum Beispiel diese Reihe hier. Wir können jetzt etwas speichern. Ihr seht, es ist gespeichert und wir haben es am Ausgang. Wir haben es so lange am Ausgang, wie wir die Reihe einschalten. Wir können aber genauso gut die nächste Reihe einschalten und da würde jetzt noch nichts passieren, weil da fehlen noch Gatter. Wir müssten nämlich noch ein Oder dazwischen machen hier. Ja, machen wir das gerade noch. Der oder der. So, okay. Jetzt können wir die zweite Reihe einschalten. Wir sehen, ist nichts da. Speichern wir da mal alles mit Einsen. Save. Ah, macht er nicht. Wieso macht er nicht? Oh, ist eine Simulation hängen geblieben. Ja, ist sie. Okay, jetzt haben wir sie wieder. Also, alles Einsen gespeichert und jetzt können wir umschalten. Wir können hier gucken, was in der Reihe gespeichert ist oder wir können gucken, was in der Reihe gespeichert ist. So, das hier ist jetzt ein großes Chaos und bei weitem nicht perfekt, weil wir müssten noch sicherstellen, dass immer nur eine hier gehandhabt wird. Aber wir haben schon die Grundsachen, die beim PC wiederum wichtig sind. Denn wir haben hier drei Teile, die werdet ihr immer wieder sehen. Wir haben einmal hier diesen Knopf zum Speichern, womit wir irgendwas tun können. Das ist die Clock, also die Frequenz, mit der der Rechner läuft oder in dem Fall der Speicher. Ja, außerdem haben wir die Leitungen hier. Das sind die Daten, die wir reingeben wollen, beziehungsweise hier hinten die Daten, die wir rausgeben wollen. Das ist der sogenannte Datenbus. Wie gesagt, hier haben wir jetzt einen 4-Bit-Datenbus. Ihr werdet im PC mindestens mal einen 8-Bit-Datenbus haben, um Beides zusammenzubekommen. Aber meistens sind sie sogar noch breiter. Und hier unten das, was wir haben, diese Schalter, der hier und der hier, na, das ist der sogenannte Adressbus. Das ist also die Möglichkeit, einzelne Speicherbereiche anzusprechen. Das gibt es natürlich auch in modernen PCs und das ist das, was ihr auch immer zum Beispiel bei eurem Betriebssystem liest. Aktuelle PCs haben zum Beispiel einen 64-Bit-Adressbus. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel RAM ansprecht, habt ihr üblicherweise 64 von diesen einzelnen Nullen hier unten, die ihr benutzen könnt. Wie gesagt, das hier ist sehr kompliziert, deswegen machen wir das einzig Logische. Wir killen das Ganze und fangen neu an und abstrahieren das wieder. Denn auch die können wir hier selbstverständlich fertig machen, nämlich mit den ladbaren Binärobjekten. Aber das ist dann was für eine andere Folge. Und das ist dann das gleiche. Vielen Dank.